Sport ist gesund, weiß im Prinzip jeder. Aber es gibt sportliche Herausforderungen, die die meisten von uns nicht packen würden, ohne gesundheitliche Schäden davon zu tragen. Oder könnten Sie sich vorstellen, 66 Triathlons im Jahr zu absolvieren? Das wäre Weltrekord. Dieser Mann hat sich genau das vorgenommen. Extremsportler Bernhard Nuss, eine absolute Ausnahmeerscheinung. Schön, dass Sie bei uns aufs Sofa gekommen sind. Sie kommen direkt aus Mexiko gerade zurück. Was haben Sie dort gemacht? Wir sind gestern aus Mexiko zurückgekommen. Ich war in Mexiko ursprünglich für einen 20-fach Ironman angemeldet. D.h., ich wollte 76 km schwimmen, 3600 km Rad fahren und 844 km laufen. Oh mein Gott, ich darf mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich wäre wahrscheinlich schon beim Schwimmen abgesoffen. Da sehen wir ein Bild, das war von der Radtour. Das sind ja doch einige Kilometer, die Sie da absolvieren müssen. Ist es egal, in welcher Zeit Sie das schaffen? Welche Kriterien gibt es da, um so einen Weltrekord aufzustellen? Das ist von der Zeitfaktor, vom Zeitfaktor spielt es keine Rolle. Es gilt nur, eben die Distanzen, 3,8 km, 180 km Rad und 42,2 km hintereinander zu absolvieren. Das Bild, was wir jetzt gerade gesehen haben, das war in Mexiko mit meiner Triathlon-Maschine. Da gibt es eine Geschichte dazu, vielleicht kommen wir noch dazu. Also es gilt einfach nur die Disziplin nacheinander. Zählen Sie doch gleich Ihre, weil wir sehen das Bild ja hier auch noch. Ihre Maschine heißt, Sie haben natürlich ein eigenes Rad, das relativ teuer auch ist. Das ist relativ teuer, es ist ein gesponsertes Rad, es ist meine Einsatzmaschine. Und die war eben für sechs Tage verschollen in Mexiko. Ich bin also in Mexiko an den Start gegangen und habe überhaupt nicht mein eigenes Rad gehabt. Und es ist natürlich von der Seite her sehr, sehr schwierig, weil ich bin in den letzten vier Jahren vielleicht 50.000 km Rad gefahren und das auf Maske, Schneider und Maschine und musste in Mexiko dann starten mit einem Leihrad. Das war äußerst, äußerst schwierig für mich. Ich musste den Wettkampf umstellen, aber letztendlich bin ich mit dem Ergebnis doch zurückgegangen. Aber Herr Nuss, Sie sind doch einer der Herausforderungen lieb, da gehört sowas wahrscheinlich auch noch dazu, oder? Ja, das schon, nur es ist schon schwierig, so eine Distanz mit einem Gefährt zurückzulegen, das einem nicht ganz passt. Also es ist äußerst schwierig. Sie haben es letztendlich geschafft, jetzt haben wir aber ja schon November. Das heißt, Sie haben so eine Art Route 66 sich vorgenommen, das wäre dann der Weltrekord. Das heißt 66, im Prinzip Ironmans, nicht nur Triathlons, sondern Ironmans. Das hieße, Sie haben 50 hinter sich, jetzt wären noch 16 übrig. Wie schaffen Sie das in den paar Wochen? 60 sind noch übrig, ja. Also durch die Problematik in Mexiko musste ich natürlich irgendwo umswitchen. Und jetzt kommt eine nochmal harte Geschichte auf mich zu. Ich muss also jetzt noch 16 Indoor-Langdistanzen absolvieren. Das heißt, ich gehe früh um 6 Uhr schwimmen im Südstadtbad. Und danach zu meinem Partner, dem Frankenaktiv, das zu meinem Namen passt. Aha, also hier in Franken, in Nürnberg praktisch machen Sie das dann? Und fahre dann 180 Kilometer auf dieser Spinningmaschine. Man sieht auch schon daran, es ist keine normale Spinningmaschine, sondern es ist ein eigenes Rad, das einfach passt zu der Geschichte. Und nebendran war es Laufbandgestand. Danach kommen nochmal 42 Kilometer auf dem Laufband. Herr Nuss, jetzt sind Sie ja schon, ich darf mal sagen, bald irgendwann 60. Warum tut man sich sowas an? Ich glaube, dass viele da draußen fragen sich das auch. Warum macht man das? Also im Grunde genommen geht es klar darum, einen Weltrekord aufzustellen. Ein Hauptpunkt ist aber für mich, der Weltrekord steht bei 60. Und das wurde von einem 60-jährigen Amerikaner aufgestellt. Und ich möchte also den Beweis zusätzlich hinterher schieben, dass also Menschen in einem gesetzten Alter doch noch zu enormen sportlichen Leistungen fähig sind. Man muss irgendwann in Bewegung kommen. Dafür habe ich einen Verein vor 13 Jahren gegründet, Never Walk Alone. Und ja, in dem Moment, wo du in Bewegung kommst, werden die Umfänge mehr und es funktioniert. Ihre Frau ist auch immer an ihrer Seite. Ich stelle mir das nicht einfach vor, oder? Wenn man die ganze Zeit unterwegs ist und eigentlich nur trainiert. Das Leben besteht ja im Wesentlichen aus Training. Dieses Jahr war ein hartes Jahr, auch für meine Frau. Und ich muss hier ganz klar sagen, ohne meine Frau würde das nicht funktionieren. Sie betreut mich während dem Wettkampf, sie verpflegt mich, sie hält mir den Rücken frei. Sie war das ganze Jahr mit unterwegs. Bei diesen Ultra-Veranstaltungen musst du jemanden dabei haben, der dich betreut. Und da war meine Frau das ganze Jahr mit dabei. Vielen, vielen Dank. Dann sage ich jetzt auch schon mal Dankeschön Ihrer Frau natürlich auch stellvertretend, dass sie das alles mitmacht. Und naja, klar, toi 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 für die letzten 16, die noch zu absolvieren sind, wenn auch nur in Nürnberg. Danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, dass Sie hier sein dürfen.